gibt es hier auch einen eingang oder das ist ein bunker oder was ja ich muss was willst du haben brauchst du holz was kann man denn jetzt greifen können wir jetzt bauen können sie alle aufhängen dafür muss ich keine matsch muss da erst mal gucken welche noch produktiv ist hier wird blog jetzt können wir holzblöcke brauchen ja wohl kommen ja das sind 900 holz da bitteschön und lockblock naja 857 sind es hier habt ihr zwei kisten da liegen zwei kisten drin in dem anderen beutel stell mal die kisten auf eine windmühle kann ich jetzt bauen anvil fletcher haben wir eine advanced fletcher haben wir schon keine ahnung ok ja dann als nächstes war die kerze was das für licht ist in der kerze kann ich nicht ablegen ist ja auch doof ein bisschen ja nimm mal die kisten kommen wo ich die kisten aufbauen oder was kann auch gleich noch mal ein bisschen nachbauen dann brauchst du nicht ich habe doch hier zwei kisten können wir erstmal die ich bin ich nicht mal ich bin ich nicht ich bin ich nicht nur die kisten jetzt mal dahingestellt an der archery target ja guck mal wo du liegst ja man sieht dich hinten liegst ja ich glaube nicht mal tot gut